Ja, moin meine Lieben, da bin ich also beim Gewinnspiel zu den Golfzilla Caps. Ihr habt ja fleißig daran teilgenommen, heute an der Kamera übrigens meine Frau, die will aber unentdeckt bleiben. Und eigentlich hatte ich vor, ein YouTube Live Video zu machen und auch ein Instagram Live Video. Das hat aber leider nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, denn unsere Internetverbindung ist leider nicht schnell genug. Also, es geht um diese zwei Caps, einmal Größe 60 und einmal Größe 58, beide unterschrieben von keinem geringeren als Sergio Garcia. Und ihr habt fleißig mitgemacht, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, alle Namen aufgeschrieben, die die 60er Größe brauchen. Und hier, Größe 58, sind es ein paar mehr, habe ich hier auch alle Namen eingetragen. Und das Ganze, damit ihr das auch seht, dass das vernünftig abläuft, kommt jetzt hier rein. Ich schneide das also jetzt vor euren Augen noch so ein bisschen zurecht. Und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Also, einmal, wir fangen übrigens mit der Größe 60 an. Das heißt, all diejenigen, die, den Schnipsel brauchen wir nicht, all diejenigen, die den großen Kopf haben, sind also jetzt wahrscheinlich sehr gespannt. Na, wir wollen auch alle dabei haben. So, da sind sie alle nah, jetzt nehme ich die nochmal alle so ein bisschen auseinander. Damit ich nicht plötzlich mehrere ziehe. So, also, Größe 60. Ich bin gespannt, wer das gewinnen wird. Ich schaue natürlich auch nicht hin, das ist klar. Ja, und der Winner ist... Thorsten Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten Hoffmann. Du kriegst also jetzt ein Golfzilla Cap der Größe 60 zugeschickt. Du solltest dich also mal bei mir melden. Am besten unter hello at golfzilla.de. Da kannst du dann, ja, mir einfach eine Mail schreiben und dann schicke ich dir das 60er Cap natürlich gerne zu. Also, herzlichen Glückwunsch, Thorsten Hoffmann. Du kriegst das Golfzilla Cap für die Kopfgröße 60. Das Gleiche machen wir jetzt mit der kleineren Größe. Da haben wir etwas mehr Schnipsel. Das könnte jetzt ein bisschen kompliziert werden. Ach, und übrigens, ich habe auf Instagram, auf meinem Golf 180 Instagram Account, habe ich übrigens ja auch ein Gewinnspiel laufen. Also, falls ihr Interesse habt an einem Aufenthalt im Pooler Golf Resort, kostenlos, zwei Tage inklusive Frühstück für zwei Personen, inklusive Golf Unlimited, inklusive Frühstück, zwei Personen im Pooler Golf Resort. Ihr müsst also nur die Anreise bezahlen. Zwei Tage und der zweite Platz ist ein Tag, Golf Unlimited. Dann solltet ihr mal bei Golf, äh, nicht bei Golfzilla, sondern bei Golf 180 vorbeischauen, auf meinem Instagram-Profil. Und dort ist der erste Post, den ich da habe, der behandelt dieses Gewinnspiel. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Ich versuche ja immer, auf Golf 180 für euch irgendwie Gewinnspiele oder Rabatte auszuschlagen bei den Leuten, wo ich dann bin. Und diesmal bin ich echt glücklich. Ich habe also diese, ja, Gutscheine bekommen, dass meine Abonnenten kostenlos dort nächtigen dürfen. Also, nochmal schnell, Golf 180 auf Instagram abonnieren und an dem Gewinnspiel teilnehmen. So, hier haben wir auch nur Einzelne. Alle Schnipsel sind drin, alle Namen. So, ich rühre, ich rühre. Ich komme mir so ein bisschen vor wie die Lotto-Fee. So, und hier haben wir einen Namen. Und die Gewinnerin ist es, heißt Sabine Marx. Also, auch da, herzlichen Glückwunsch, Sabine Marx. Du hast also ein Golfzilla-Cap gewonnen, unterschrieben von Sergio Garcia. Vielen Dank, dass ihr daran teilgenommen habt. Ich werde sicherlich in Zukunft weitere solche Gewinnspiele mal veranstalten. Hoffentlich dann auch mal unterschrieben von anderen Profigolfern. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Danke, dass ihr daran teilgenommen habt. Und wie gesagt, vergesst nicht, Instagram-Profil Golf 180 gibt es auch ein Gewinnspielaufenthalt im Pooler Golf Resort. Und das ist ja nun auch nicht ganz so schlecht. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Den Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Und den anderen, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Ciao. Ciao. Ciao.